Hallo, heute schauen wir uns mal das TOR-Netzwerk an. Faktisch ist es also so, wenn ich in das TOR-Netzwerk rein möchte, dann muss ich mich damit extra verbinden. Dazu brauche ich entweder ein Programm oder eine Webseite oder irgendwas, was mir diese Möglichkeit gibt. Der Zugang findet dann wie folgt statt. Ich oder mein Rechner, mein Programm, lädt eine Liste von TOR-Servern runter. Also eine Liste mit den Adressen. Und wählt dann eine zufällige Route aus über mehrere von diesen Servern. Die kann jetzt so laufen, wie es hier grün eingezeichnet ist. Die könnte aber auch so rumlaufen oder hier hinten reingehen und woanders rausgehen. Also eine beliebige Reihenfolge. Ich habe immer Entry-Nodes, also da gibt es eine feste Liste und es gibt Exit-Nodes. Das ist auch eine feste Liste und dazwischen kann ich mich dann frei auswählen. Und wo ich reingehe, ist egal. Wo ich rausgehe, ist auch egal. Und alle 10 Minuten wird diese Route auch geändert. Damit das Ganze noch sicherer ist, wird das dreimal verschlüsselt. Das heißt, diese Verbindung vom Austrittsknoten bis zu Alice ist verschlüsselt. Darüber kommt dann diese Verschlüsselung, wie so eine Zwiebel kann man sich das vorstellen. Deswegen auch Onion. Ja, also der innere Verschlüsselungsring sozusagen. Dann die nächste Schalenschicht ist diese Verschlüsselung und die nächste Schalenschicht ist diese Verschlüsselung. Das heißt also, wenn ich jetzt hier etwas, zum Beispiel eine Webseite aufrufen möchte, wird hier das erste Mal entschlüsselt. Dann weiß der Eintrittsknoten, aha, die Nachricht, die geht an den hier. Dann wird sie eben weitergeleitet. Hier entschlüsselt, dann weiß der, die Nachricht geht an den. Und der weiß jetzt, wo es hingehen soll. Das heißt, der kennt das Ziel nicht. Der weiß nur, wo es herkommt. Der hier kennt nur den Eingangs- und den Ausgangsserver. Und der hier, der kennt nur diesen Zwischenserver und die Zielseite. Das heißt, es gibt kein System, was jetzt alles weiß, außer natürlich meinem System. Sondern es gibt immer nur teilweise Wissen und durch die Verschlüsselung kann der Inhalt auch nicht gelesen werden. Wenn es jetzt hier unverschlüsselt ist, dann kann der Austrittsknoten natürlich das hier lesen. Das ist klar. Und gemacht wurde das, um Leuten in Staaten, die vielleicht nicht so rechtsstaatlich sind, die Möglichkeit zu geben, anonymer ins Netz zu gehen. Aber ich glaube, zu Ende gedacht war das nicht, weil die Liste der Eintrittsknoten ist natürlich überschaubar. Das heißt also, wenn ich jetzt hier als Staat hier überwache, dann sehe ich natürlich genau, dass dieser, dass hier ein Zugang ins Tornetzwerk genutzt wird. Und das kann ich natürlich auch unterbinden oder auf den zugehen und sagen, was machst du im Tornetzwerk. Das war eben die Idee und so funktioniert sie. Seit einiger Zeit spielen auch Hidden Services eine Rolle. Da ist dann Bob nicht einfach irgendwo im Internet, sondern Bob hat eben auch so eine Reihenfolge von Servern, über die er sich mit dem Tornetzwerk verbunden hat und das Rendezvous zwischen Alice und Bob findet dann sozusagen komplett im Tornetzwerk statt. Und sie kennen sich beide nicht und dazwischen sind einige Tornotes. Diese Hidden Services, die haben so die Endung .onion. Und wenn wir uns mal bei der IANA umsehen, dann stellen wir fest, es gibt hier keine Endung, die auf .onion landet. Das heißt, unsere Browser können das so einfach gar nicht umsetzen, sondern ich brauche dann eben zum Beispiel den Tor-Browser, den ich mir dann herunterladen müsste für mein Betriebssystem. Der kann dann diese Verbindung ins Tornetzwerk herstellen. Oder ich nehme einen Tor-to-Web-Proxy. Die gehen mal und dann gehen sie wieder nicht. Von daher ist es nicht sehr zuverlässig. Aber mit dem Stichwort Tor-to-Web-Proxy findet man schon was. Und wenn ich jetzt hier auf so einen Link klicke, dann sieht man hier, dass das hier die .onion-Endung ist. Und hier hinten dran ist eben noch ein .ly, weil onion.ly das eben für das Tornetzwerk umsetzt. Und im Tornetzwerk, also diese Hidden Services sind im Endeffekt auch nur Webseiten, Shops, Boards, was auch immer. Und was man auch feststellt, es ist nicht besonders schnell. Das ist halt so, wenn man da über so viele Rechner und Verschlüsselungen und ja. Das war glaube ich von, oh, Timed Out. Der ging doch vorhin noch. Ah doch, jetzt hat es geklappt. Also, diese Webseite, die ist so im Internet. Ich sehe hier diesen kryptischen Teil vorne dran, den Schlüssel des Servers, den ich aufgerufen habe. Hier das .onion und hier .ly, weil .onion .ly eben mein Proxy ist. So. Da habe ich jetzt irgendwie zu oft geklickt. Aber es macht ja auch nichts. Ja, das war, denke ich, das Wichtigste zum Tornetzwerk. Was einem klar sein muss, ist, dass man hier eigentlich sehr schwer irgendeine Verbindung herausfinden kann. Im Wikipedia-Artikel ist erwähnt, dass wenn man genügend von diesen Proxys besitzt, also von diesen Tornotes besitzt, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass man eben über mindestens zwei Tornotes geht, relativ hoch ist. Dass man so dann Routen nachverfolgen könnte. Das müsste man halt, ja, das kann natürlich keiner wissen, ob jemand so viele dieser Proxys hat. Aber das finde ich jetzt auf die Schnelle, glaube ich, nicht. Ja, wer es genauer wissen will, kann sich hier auf Wikipedia und im Internet natürlich noch weiter darüber informieren. Okay, macht's gut. Ciao, ciao.